Ja, ja, ihr kennt mich ja dauernd am Start, ist aber auch okay. Ich meine, das hier ist natürlich jetzt hier erstmal Satire. Es ist okay, aber auch Satire kann auch wirklich bitterer Ernst werden. Und da gibt es noch diverse andere Beiträge. Also würde ich sagen, schaut es euch an bei VK, Bitschut, Rumble oder Odyssey, die sich den Trailer bei WMUS TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren. Ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. Tschüss.